Was Dauerpräsenz auf Leinwänden und Datenträgern angeht, ist Agent 007 den Ringgefährten noch ein Stück voraus. Unter dem Deckmantel von EA stiehlt sich der smarte Spion zum fünften Mal auf die Konsole. An Schauplätzen von New Orleans bis Peru darf Bond wie gewohnt Q-Gimmicks ausspielen, schießen, boxen und mit hübschen Damen flirten. Neuerdings kann er sogar Gegner um verkleidungstaugliche Klamotten erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017